auf dem bild sehe ich drei personen auf dem bild sehe ich drei personen ich vermute dass sie eine familie sind ich vermute dass sie eine familie sind die mutter und der vater und ihr sohn die mutter und der vater und ihr sohn die frau trägt eine schwarze hose und ein dunkler pullover und ein weiße bluse die frau trägt eine schwarze hose und ein dunkler pullover und ein weiße bluse der mann trägt kariert hemd und hat eine melon in der hand der mann trägt kariert hemd und hat eine melon in der hand und das kind trägt ein heller pullover und ein dunkle hose und das kind trägt ein heller pullover und ein dunkle hose sie lächeln alle sie sehen glücklich und zufrieden aus sie lächeln alle sie sehen glücklich und zufrieden aus sie kaufen ein entweder von lidl oder von aldi oder von türkisch laden sie kaufen ein entweder von lidl oder von aldi oder von türkisch laden sie sind in der lebensmittel abteilung obst und gemühe sie sind in der lebensmittel abteilung obst und gemühe ich finde das sehr schön wenn die familie mit einer zum einkaufen gehen ich finde das sehr schön wenn die familie mit einer zum einkaufen gehen